Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe eine mega Story. James G. Johnson dreht gerade in Wiesenwalde. Some people call me a living cardboard figure, but my job is a lot more complex than that. Ich will in den Film. Film? Das ist eine fette Serie. Was ist mit dir passiert? Hollywood ist passiert. Das ist aber nicht Hollywood. Dieser Dreh ist ein Game Changer. Für alle. Ist er etwa in diesem Kaffee versauern? Ich bin nur der scheiß Strom. Das gibt's doch nicht. Du bist für diesen Kriegszustand verantwortlich. Wir wären jetzt alle reich und berühmt. Und jetzt doch mal den ganzen Satz. Verfiss dich, Jude! Lauter. Euer Panzer steht auf meinem Hof. Du glaubst doch nicht, dass der Panzer hier verschwinden könnte. Du hast geschlafen. Hab ich nicht. Wir suchen noch Leute für den Volkssturm. Damit hab ich nichts zu tun. War doch ein Klacks.